Willkommen zurück zu Final Fantasy 15 So, wir wollten ja diese Folge Die, 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 die Ja Die Aufgabe Wo haben sie denn? Die war doch da Da war sie, genau Sehnsucht nach der Heimat machen Ach so Ach ja, und die Moment Diese komischen Bären, die wir brauchen Habe ich auch mal nachgeguckt, die gibt es Tatsächlich hier und zwar Ne, da ist es Die müssen wir gegen Angebaute Karotten eintauschen So Ich glaube die holen wir uns jetzt noch kurz So Da reisen wir direkt hin Und holen uns kurz Die, diese Bären, genau Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres Meine Kochgünste sind dir wohl nicht gut genug Nein So war das nicht gemeint Aber Iris kocht mit Liebe Ja Ja So, jetzt holen wir uns erstmal die Karotten Und tauschen die gegen diese Bären ein So, die dürften ja mittlerweile wieder bereit zur Ernte sein So Mal schauen Mal schauen So So, da sind schon mal gar keine Na gut, dann Streuen wir das mal aus Oh Ich kaufe euch gerne Gemüse ab So Wir haben zwei Oh Cool Das ist genau Das was wir brauchen Ah Frisch und knackig Meine Köche und Gäste werden es lieben Ist das Die Zutat die wir suchen? Ich glaube ja Bringen wir sie ihr Ja Das machen wir gleich Jetzt werden wir hier erstmal pennen gehen Und dann die frischen Karotten ernten Und dann gegen irgendwas eintauschen Hey du Ach Die frische Seeluft ist wirklich unschlagbar Ja Bis später So Tausend Nadeln Mhm So, wo war's? Da oben glaube ich So, einmal übernachten Genug geschafft für einen Tag Heute Nacht werde ich gut träumen So Und dann bringen wir diese Bären doch morgen mal Der netten Dame So, alle Level gestiegen, sehr schön Äh Äh Aha Jojo So Ein neuer Morgen So Dann mal schauen, ob die Karotten schon fertig sind Ja Ganze vier Stück So 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 Vier Karotten Gut Der Boden ist momentan nicht zu gebrauchen Ich kaufe euch gerne Gemüse ab So, wir haben vier Stück Da können wir uns eine Waffe leisten Ah Frisch und knackig Meine Köche und Gäste Wenn ihr was übrig habt Gebt mir bitte Bescheid Ich nehm's euch gerne ab Ein Machtmesser Das Klingt ja interessant Dieses einzigartige Geruchschmerk basiert auf insomnischer Technologie Es absorbiert die Elementarenergie besiegte Gegner Schön Wie kann man das jetzt eigentlich angucken? Ah Okay So Mal kurz alle Mal anschauen Die kann man ja Nicht so wirklich gut Sehen teilweise So das Genji-Katana Und die Masumune So Lufthandsäbler Runenklinge Flammenzunge Eisbrand Und Unser Blutsauger Durandal Und die Motorklinge 3 Dann Jagdspeer Mitriellanze Stichpieke Eisspeer Der Dreizack Der Ähm Nicht wie ein Dreizack aussieht Die Drachenlanze Die Drachenlanze Die Schimmerlanze Die Schimmerlanze Und die Drainirlanze Jetzt muss ich mal kurz gucken Die Das ist die Lanze die auch diese Noctis Figur dran hat Wenn ich das jetzt so richtig sehen kann Ja doch tatsächlich Ja Die Silenquedias Die normalen Dolche Rächer Entermesser Assasin Dolche Mitril Messer Delta Dolche Mains Gauches Plünderer Stufe 2 Dann eine ganz normale Handfeuerwaffe Kokytos Verhängnis Mitril Pistole Rebellion Valiant Stufe 2 Und der Flammenwerfer Flammenwerfer Okay So Drachenschild Kraftschild Donnerschild Flammenschild Noch ein Kraftschild Eisschild Das Heldenschild Und das Absorberschild Aha Was haben wir hier Autoarmbrust Ah jetzt sieht man die auch mal richtig Und die Wirbelsäge Plus Ahja Das Königsschwert der Weisen Die Axt des Eroberers Die Dolche Glaube ich Da ein Schwert Das Schuriken Links Bums Wurfstern Ein Streitkolben Der Zauberstar Der Dreiz... Das ist mal ein Dreizack Der Carnegie Das Kartan des Kriegers Und das Schwert des Vaters Und zwei Ne Drei fehlen uns noch Ja Und der Ring der Lutis So Jetzt habe ich die auch noch alle gesehen So Und für die Und für die die das Oder die den Film Kingsglave gesehen haben Die... Ich glaube das sind Dolche Von diesen... Nox... Glaube ich heißt er Nux... 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 Keine Ahnung von dem Hauptcharakter eben des Films Dessen Dolche findet man auch noch im... Insomnia Wenn man... Zurückläuft und irgendein Level 85er Todes Dingsbums besiegt Der lässt die dann fallen Da dieses Viech aber... Wie ich schon gesagt... Ich glaube 85 Und sehr stark ist Werden wir das erst später machen So... Jetzt werden wir erstmal... Die Bären abgeben Da müssen wir erstmal... Zum Galdinkai Und da reisen wir automatisch hin Wir sind da Gut So... Zurück am Galdinkai Bäh Nicht spring... Meine Gute So... Müssten wir die... Aufgabe eigentlich angelegt haben Da ist sie Einen Bärendienst Da... 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 Da hinten ist ein Steg Wir werden da mal kurz... Hinlaufen Weil ich glaube da hinten waren wir noch... Gar nicht Willkommen am Galdinkai Ja... Guten Tag So... Bitteschön... Das sind die Bären Danke... Jetzt kann ich das Gericht endlich vollenden Nehmen sie es direkt ins Programm Ja... Das Rezept war vollendet Es fehlte nur der krönende Abschluss Das Aroma sucht seinesgleichen Ich wollte beim ersten Kosten meinem Gaumen nicht trauen Sie müssen es unbedingt probieren Doch erstmal vielen Dank Hier ist die Belohnung Der Geruch von dem Zeug war echt mal intensiv Ich glaube ich habe das sogar schon mal gegessen War es vielleicht in dem Gebäck das Luna dir mal geschenkt hat? Ja... Das war's Die Köchin hat einen guten Riecher Hätte kein passenderes Hochzeitsmenü geben können Willkommen zurück Willkommen zurück Was zur Hölle? Warum? Ganz wie sie wünschen Das sieht schmackhaft aus So... und ich hoffe du lernst das Rezept Sonst haben wir nämlich jetzt ein Problem Ah... ausgezeichnet Süßes Souvenir Nach der Jagd gibt's ein Festmahl So... Apropos Jagd hast du... Neue Jagdaufträge vielleicht Die wir noch nicht erledigt haben Nö... Gut... da gibt's nix Naja... Jetzt... Haben wir im Prinzip Keine Angriffskraft mehr Seht ihr das richtig? Jo... Da bin ich jetzt mal gespannt wie stark wir angreifen Naja... Wir gehen jetzt eh nur da rechts rum Zu diesem Steg dort hinten Dass wir den auch mal haben Da 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 Dann erstmal mieten wir noch unseren Chocobo wieder Ha... Da 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 Irgendwelche Gegner scheint es hier aber nicht zu geben Na dann mal weiter Prompto, lass uns gehen Schon unterwegs Ne, hier ist alles wie ausgestorben Kein sicher weit und breit Tolles Wetter heute Ja... So den Schatz den sammeln wir auf dem Rückweg ein Hab ich grad gesehen erst auf der Minimap So... Galdi So... Boots Ableger So... Galdi Ein Drachenzern Und ein Eisklumpen Eisen ...klumpen Kein Eisklub So und hier könnten wir dann angeln Oh, ein schlimmer Blaukiemling Ja gut, die Fische brauchen wir jetzt nicht machen So, dann holen wir uns noch den Schatz, der da vorne rumliegt Was haben wir denn hier? Einen Gelbsteinsplitter Ups Da, 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 da Na, komm schon So Einen Sternen Eine Sternenmuschel Meine Güte Und einen weiteren Eisenklunken Au So, jetzt aber zu dem Foto Meine Güte, wirklich Diese unsichtbaren Wände, die sind nervig So, können wir mal kurz tanken Nicht, dass er zu Sprit ausgeht Hm So, Tank ist wieder voll Automatisch fahren und zwar fahren wir nach Hammerhead Und da geben wir noch diese neue Waffe ab, die wir jetzt eingetauscht haben von den Karotten her Und gucken, ob wir mal die anderen abholen können Und dann fahren wir zu diesem Foto Und dann fahren wir zu diesem Foto Aufgabenziel Ich liebe diesen Laden So viel Autozubehör Für den Technikfreak werde ich sicher toll So, da sind wir auch schon Hey, wie wär's mit einer Pause? Ja, gute Idee So eine Waffe So eine Waffe habe ich noch nie gesehen Bringt mir die notwendigen Teile dafür Den Rest erledige ich Alles klar So, ein neuer Machtfresser Bestienklaue Cool, die haben wir ja Prächtig Ich zauber euch was Schönes draus Tag Prächtig Ich zauber euch was Schönes draus Schön Gut, dann die Aufgabe ist Sehnsucht nach der Heimat Gut, du hast nichts neues für uns Denke ich mal So, und hier gibt es auch nichts Neues So, und hier gibt es auch nichts Neues Ist alles leer So, wir müssen jetzt dort hinten hin Aber vorerst geben wir noch was ganz billiges Also geben wir noch was ganz billiges futtern Wie ist die Lage? Falls ihr Fragen habt, schießt los So Hammerhead Stille Die sollte passen Satt gegessen? Sehr schön Gut Dann können wir jetzt auch normal angreifen Und nicht nur auf Magie hoffen So, automatisches Fahren und zwar zum Aufgabenziel Nein, direkt reisen tun wir jetzt nicht Lasst nichts liegen Okay So, los geht's So, Ignis, dann gib mal Gas So, Ignis, dann gib mal Gas Bin ich mal gespannt, ob wir dieses Ding auch mal infiltrieren müssen Anhalten Verstanden Schneller Also los, Bewegung Bis der mal anhält Ah, nein Das wollte ich eigentlich Noct Ich höre Magitek Motoren Sag mal, was ist denn jetzt? Los Danke Habe ich jetzt echt hier Gegner angelockt? Das kann nicht wahr sein Sitzt doch endlich auf Los, Kleiner Meine Fresse, ey Ah Danke Bis bald, Kleiner So Das wollte ich machen Wie gerufen Mein Wagen ist liegen geblieben So, ein Pannenset Fahrlässiger Fahrer Ja Das Pannenset haben wir hier Vielen Dank Ihr wart meine Rettung Jeden Tag eine gute Tat So, wieder ein paar Erfahrungspunkte Und 6.000 Gülen Und 6.000 Gülen Mein Fresse Und die stehen jetzt da vorne rum Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Und Kap Boom Und Kap So, die haben wir Schnell ausgeschaltet So Die sind erledigt und dann fahren wir jetzt weiter Lasst nichts liegen Okay Los geht's Los geht's Von der halb In der In der In der In der In der In der Mit Mauer Fängt an zu regnen. Naja, volles Sauwetter hier. Ausrüstung. Zauber. Der schwächste Zauber ist das. Ist das lästig? Klappe zu, Monster tot! Naja. Nein! Warum springt er denn runter? Hm. Das ist sehr doof. Ich komm irgendwie nicht zu der Maschine hin. Hm. Das ist sehr doof. Ich komm irgendwie nicht zu der Maschine hin. Ähm. Ja. Nennen wir es mal einfach. Genau. Verdammt. Ich muss da hinten rum. Tschuckaboo! Also dann. So. Dann. Gehen wir mal da hinten entlang. Was haben wir denn da? Ach Gott. Diese Steuerung ist teilweise so für den Arsch. Also. Ach. Sorry, aber das ist echt nervig. Braver Junge. Ja. Mit X springen. Tschuckaboo auf oder absitzen. Gegenstände aufheben. Das funktioniert nicht so reibungslos wie es sollte. Weil meistens immer nur springen aktiviert wird. Ja. Das. Kann schon ziemlich nerven. Ist das schon Abend? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. So. Jetzt pass auf. Ist es zu dunkel oder zu regnerisch für das Foto? Ich hoffe wir können da hinten irgendwie campen. Sonst. Was zur Hölle. Ach Gott. Hier räume ich auf. So. Aus dem Weg. So. Die sind ausgeschaltet. So. Die sind ausgeschaltet. Die sind ausgeschaltet. Die sind ausgeschaltet. Ah gut. Es regnet nicht mehr. Dann beeilen wir uns doch mal besser. Auf gehts. Ja. 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 Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Kinderleicht. Die können wir schnell ausschalten. Ha. Großartig. Kinderleicht. Nee. Stehen bleiben. So. Was ist das denn, wenn die Musik. Weg damit. So. Und hier können wir das Foto machen. Hoffentlich. Fotozeit. So. Gehen wir zurück. Gut. Der schwarz-weiße Fotofilter Zeitsprung ist jetzt verfügbar. Aha. Moment. Wo war jetzt das? Galerie. Fotos. Filter. Zeitsprung. Ja. Sportweiß geht. Schön. Kann man da runterfallen? Nein. Oh. Was gibt's hier? Eine kugelsichere Weste. Schokobo ist nicht da. Schokobo ist nicht da. Gut. Dann müssen wir anscheinend jetzt zu Fuß. Ja. 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 Zurück laufen. Ja. Gut, dass es auch geht. Ja. 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 Da ist er ja. Der Vogel. Los Kleiner. Was ist das denn jetzt? Du 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 du. Du 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 du. Du wirkst erschöpft, Nockd. Du musst lernen, auf dich selbst aufzupassen. Ich dachte, das wäre eure Aufgabe. Jaja. Danke. Bis bald, Kleiner. Bis bald, Kleiner. Bis bald, Kleiner.